Jetzt will ich euch das zeigen. Schaffe ich das mit einem Surget überhaupt? Ja klar, ich bleibe an einem Baum hängen. Der Baum dreht und ich spreche mich jetzt mal schön in die Luft. Nein. Alles, ich habe es geschafft. Wie viele Runden? Zwei. Ja klar, eine auf. Oder ich finde da keiner lang und lang sicher. Nein, eine Jörg, eine. Das ist gar nicht so schlecht. Das kann ich jetzt nicht so schlecht. Das kann man schon mal machen. Du denkst, alle hat einen Mann schlecht. Das ist nicht so schlecht. Ach. Ich klutch mal mit einem Baum hier. Schön wieder. Nein, nein. Erste Mal jetzt. Aber Malu ist jetzt in Search'n Durst, Alfa und Miske. Was hab ich letztes Mal gesehen? Haben wir noch gesagt, Alfa braucht ein Mensch, oder? Genau, das hat ich gesagt. Was war da mal von der Zeug? Na, verkackt! Ja, genau, in den Search'n geht's kaputt! Schon in der Halle, 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 in der Halle... Hä? Hä? Ich glaub ich kenne's weiter! Mensch! Ach, jetzt hier los! Sie kommt schon! Der Joop kommt! Diese verdammten Amerikanen! Na, super, ey! Mal wieder voll versagt, hier auf den letzten Metern! Michael, Poppy, go! Wie gesagt, das Ding hab ich voll abgepimmt. Das ist ja geil, aber... Also auf dem Strand rumheizen ist das Auto ja gar nicht mal so schlecht. Ne? Ne, aber für alles andere... Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Na, trotzdem mir gefällt halt. Und noch vier Pünktchen! Und noch vier Rännchen! Ich weiß nicht, was hast du das? Boah, mein Mann! Ja! Na ja! Oh, ey! Okay, ist das diese Scheiß? Ja, scheinbar. Okay. Lass uns jetzt stehen. Ich sehe das Bild geworden. Ist das Schlimm? Die Brücke sieht ja mal abnormal aus. So geil. Die kannst du selber so nicht fahren. In der Backklima drüber. Was? What the fuck? Was ist das denn? Was ist das? Das ist ja aus Netzen gemacht. Geile Karai! Seile Kirsche! Was sieht man denn? Selten! Man muss ja zurückfahren, oder? Jetzt war die Startpunkte vernünftig treffen. Ich hab's noch nie geschafft. Ich hab's noch nie geschafft! 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 Will der mich verarschen? Nein, jetzt hat's mir rausgekommen! Nein! Wir haben das schon geschafft! Mhm, mhm! Ich hab's noch nie geschafft! Ich hab's noch nie geschafft! Ich hab's noch nie geschafft! Verdammtags! Jörg hat sich auch zerrissen! Was? Alter, nochmal dann hin und her! Oder was? Nein! Ach, eh, bloß! Was wird... Hey, ich kann diese Roll-Ride nie, hm? Ja, heiß! Ich weiß! Ich weiß! Hahaha! Dein Typ, ne? Scheiße! Oh, die... Ahh, wie geil ist das denn für das Schöne? Nee! Was? Jetzt! Na, das ist... Also, ich muss sagen, das ist eigentlich recht schwierig, weil man den Bo nicht wirklich sieht! Auch wenn er recht kurz ist! Oh, jawoll! Na, das ist recht schwer! Kann mir zeigen! Hey! Huck mal hier! Na ja, Gott, schade! So packt er hier schön an der Lampe fest! Oh, I believe I can fly! Fly hier klein mal her so! We all live in the Yellow Submarine! Yellow Submarine! Hey! Yellow Submarine! Hey! Yellow Submarine! Gibt's aber wenig Geld! 630 Euro? Das ist ja schade! Das ist ja schade! Das ist ja schade! Das ist ja schade! Oh, nee! Ich will dir... Ich möchte dem Mentor nicht nachmachen! Das machst du aber schade von 1! Wieso? Mit dem Ausflitten? Ich kann ja immer wieder was anderes auswählen! Klei und 5! Ah, scheiße! Oh, Alter! Schaffen wir noch! Roll! Wot the fuck! Oh, naöööö! Scheiß Roll, eyöööö! Wie läuft's in deinem Chat, Sir? Gleich mal gucken hier. Gornix! Da läuft Gornix! Außer mein Neidwort! Gornix! Hey Mädels, Jungs und Mädels im Chat bei mir, was ist denn los da bei euch? Schlauchst wieder? Na was? Jetzt ist es zu spät. Was ist mit deinem Auto los? So, schön kurz. Ist mein Licht verbeult hier? Ist ja unfair hier. Wie starte ich denn? Och ne. Das sind Troll-Maps zum Kotzen, oder? Ach du Ernst, ey. Das sind Troll-Maps. Hey, wie geht's denn da hoch? Ja. Willst du mich verarschen? Oh ja. Da ist ne Rambe. Guck da. Das ist ne Troll-Map. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Du, Phil, bist ja noch da. Ist ja ganz nice. Ist ja noch da, ja. Ja, ja. Ich hoffe, du hast noch Spaß. Ja. Ja. Man hofft's. Jawoll. Sehr gut, Alex. Ja. Einfach dies vor, meine Freundin. Sag's euch jetzt schon. Oh nein! Oh fuck! Einfach nicht rum, aber was? Was? Ja. Das ist das schlaue Fl �ys. Ein schlaue Flut. Du schlaue Flut. Ich bin ja nicht rum. Und jetzt muss ich da rumwärts... Nee, der schlaue Flut. Halt! 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 Das ist ja ne Trollmap! Was ist das für ne Scheißmap? Auf jeden Fall! Also, ganz ehrlich, ne? Das ist wirklich ne Drecksmeld! Oh, pass auf! Halt, da ist er nicht dran gekracht! Hat er Glück gehabt! Nein! Na, was ist denn das? Nee! Geh hier durch, okay? Aha, nicht die Rampel! Oh, die Rampel nehmen! Bis die nehmen! Ja! Maxi, hi! Bist du noch da? Oh ja, Mensch! Schlaf! Das mit der Rampe ist so richtig wie Verarsche, ne? Ja! Das mit der Rampe ist so richtig wie Verarsche, ne? Ja! Oh, oh! Das wird scheiße! Ich fahr mal hier lang! Wie der Meil! Scheiße! Das mit der Rampe ist so richtig wie Verarsche! Voll die Verarsche! Ich fahr mal hier! Scheiße! Ja! Sehr schön! Ich fahr mal! Voll! Ja! Dreh! Scheiße! Das ist ein Mist! Das ist eine Mistkache! Scheiße! Ja! Ja! Wo geht's hier durch? Könnt ihr mich einmal warnen? Einmal bitte! Nein! Wo geht's hier durch? Ich raste aus, ey! Äh! Sagt ihr mich hier nochmal sorry wem vorhin! Okay! Fahre mal! Oh! Oh! Ich hab dir irgendwas übersehen! Wartet mal! Du bist das! Der ist! Der ist ja! Der ist ja! Das ist doch... Inhalt! Er ist ja!